So, zweiter Versuch da meine Kartoffeln gegen Fraukäule zu spritzen, bin ich verreichtert worden. Die letzte Balkenbreite habe ich im Regen rausgelassen, hat sicher gar nichts genutzt, nicht angetroffen, war vergebens. Jetzt starte ich da nochmals und ich werde alles nochmals spritzen, um sicherzugehen. Ich kann es mir nicht erlauben, da Fraukäule zu fassen und es ist sehr gefährlich im Moment. So, problemlos durchgefahren, guter Traktor, gut bereit. Das ist verrückt, so verkocht, um zu spritzen, aber es geht nicht anders. Ich kann es nicht mehr so gut gehen. Auch in der Nähe von der anderen angetroffenen Geschichte. Sie ist auch so gut, weil es jetzt ein paar Jahre lang ist. Das ist die Zulcher, der Pickhose überkreuert hat. Ich kann es gar nicht mehr so gut sein. Es geht nicht mehr so gut. Doch ich fühle mich nicht an, wenn ich da rauf brauche. Sooo, es ist jetzt 8 Uhr, Freitagabend, der Bauhaus ist fertig mit Kartoffelspritzen und habe leider das Spiel Kroatien, Tschechien verpasst. Ich habe im Radio gehört, da hat die Klickerei gegeben. Jawohl, Feierabend, ich bin froh, konnte sie spritzen, die Kartoffeln und das Wetter ist noch gut. Der Traktor ist hier dreckig wie ein Tag, das ist zurück. Wir fahren hier durchs Wasser. Aber mit einem vollen Bereich und einem Hochbereich zieht er hier durch. So, fertig, gespült und abstellet und zack der Lärm. Bei Raben. Der, 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 der.